Ich denke mal, am Sonntag haben wir schon teilweise ganz ordentlich gespielt. Es war klar, dass heute ein spielerisch stärkerer Gegner kommt, obwohl ich natürlich auch gedacht habe oder auch die ganze Mannschaft wusste, dass wir hier auf unserem Kunstrasen auch spielen können. Deshalb klar, Zalzheim war so ein bisschen Favorit, aber ansonsten denke ich mal, wir sind da ganz selbstbewusst aufgetreten und es war ein ordentliches Spiel von uns. Ja, wir haben sehr starken Gegner erwartet, hätten nicht gedacht, dass wir so viel spielen können in der ersten Halbzeit, müssen dann das zweite, dritte Tor machen, dann kriegen wir einen dummen Elfmeter, muss langsamer machen, dann schwer. Ich denke, der Knackpunkt war einfach, dass wir, als wir 2-1 hinten gelegen haben, wenn wir da das 2-2 machen, dann kann das Spiel kippen, dann können wir gewinnen. So haben wir das 2-1 nicht gemacht und dann ist am Ende Zalzheim einfach kaltschnäuzig gewesen und dann war das Spiel sozusagen gelaufen. Ich denke, am Ende hatten wir einfach mehr Kraft, mehr den Wille, das Spiel zu gewinnen.